Wie sieht das aus? Ja, zuerst meine Damen und Herren. Wir sind da wieder einmal mitnehmen. Bei NatharTV Herr Professor Nathar hat versprochen, dass ich ein paar Tipps für Motorradfahrer geben. Sind wir mal gespannt. Ja, da haben wir einen Tobelwolf. Ja, Herr Tobelwolf, wie geht's Ihnen? Wie hängt es? Ist alles okay? Ja. Das ist schon mal ein städtisches Tier. Ja, grüß Gott, Herr Nathar. Ja, servus miteinander. Schön, dass Sie da sind. Ich bin natürlich auch ein begeisterter Motorradfahrer. Wie viele von Adelberger das auch sind. Obwohl viele fahre und so komische Dinge, um Orzelärmachen. Aber wir haben jetzt da noch ein richtiges Motorrad. Und jetzt ist es Winter. Da nimmt man das Baby rein. Ich tue es jetzt in die Küche. Andere stellen das Ding in den Garage. Man tut es einfach unter dem Dach, deckt es ab. Oder irgendetwas. Wichtig ist natürlich die Sicherheit für das nächste Jahr. Man kann es nicht einfach nur fahren. Man muss auch etwas tun. Und im Winter, wenn wir das Ding ein bisschen pflegen. Und das sind Sachen, die jeder machen kann. Grundlegend muss man auch ein paar Sachen wissen. Das hier ist das Lenkrad. Also der Lenker. Da haben wir die Zündung. Für eine bösere Maschine läuft das natürlich auch. Das Kugeln runter. Punkt eins. Was immer wichtig ist. Man ist das ganze Jahr gefahren. Fuhr nicht hoch, fuhr nicht runter. Wird entdeppt, ein Benzinverfahren. Hat natürlich viele Flüge angesogen. Und da muss der Luftfilter gewechselt werden. Und das ist eine einfache Sache. Der Luftfilter. Wir nehmen den Kühlschluft zu. Wir machen den Off. Also der Luftfilter ist ganz was Wichtiges. Weil die Luft, was der Motor ansaugt. Die wird mit Benzin vermischt. Und dass wir dann eine anständige Verbrennung haben. Und wenn wir das ganze Jahr, wieder in die Dämpferde gefahren, in die Fuhrkauf fahren, einen Kaffee trinken, wieder runterfahren und 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 und. Dann hast du viele Flüge. Und darum musst du einfach den Luftfilter putzen. Und das tun wir im Winter. Also das ist der Luftfilterkasten da. Das war es eigentlich normal. Jedes Mal die Motorradfahrt. Zwei Krüte schrauben. Schrauben drauf, Deckel runter. Da drin hat sich ein Haufen Schleim. Das ist sehr wahrscheinlich Flügerschleim, Muckerschleim und dergleichen. Da ist eine schmierige Flüssigkeit drin. Die tun wir im Pferner. Allt schon trocken ausputzen. Dann tun wir eine Watte hinein. Und schriegen ein Stoffwärzel zu. Und legen sie oben auf. Und dann haben wir schon den Luftfilter geputzt. Das ist ganz wichtig. Dann der Tank. Das ist der Tank. Das kennen wir alle. Und über den Winter steht das Motorrad. Und der Tank ist meistens nicht voll. Und wenn er nicht voll ist, dann kannst du Korrosion im Innenbereich vom Tank bekommen. Was zur Folge gehört. Im nächsten Jahr bröselt der Trag runter. Geht runter. Und verschoppt. Und dann tut es nur noch. Folge dessen machen wir hier auf. Schlüssel. Das war sehr, oder? Deckel auf. Und dann haben wir etwas hineinschüttelt. Und wir nehmen immer Brennspirit aus. Und das mischen wir mit lauwarmen Wasser zusammen. Und tun eine kleine Geschirrspel mit rein. Und dann füllen wir den Tank schon eben ab. Und dann sind wir sicher, im nächsten Jahr haben wir kein Rost da drin. Und vor dem Fahrer zu schütteln. Und das läuft dann wieder. Picobello. Da haben wir also Öl. Das ist eher ein grosser Stutzer, zum Öl reinlassen. Da lassen wir etwa 3 Liter Öl rein. Und wenn da nichts aufreden, dann nehmen wir Dieselöl. Als erstes ist es billiger. Das ist viel besser. Ich nehme Dieselöl rein. In diesen Stutzen. 3 Liter. Und den haben wir für die ganze Saison eh schon genug. Da haben wir einen ganzen USB-Anschluss von dem Motorrad. Das kennen wir sicher. USB kennt jeder. Und da kommt USB-Stecker rein. Die farbigen Dinge, die braucht es eigentlich gar nicht. Die tun wir nachher draussen. Und dann tun wir da noch ein USB rein. Und dann können wir da über die Lautsprechereinheiten auch wieder wunderbar Musiklose oder wenn er umeinander rummen. Ansonsten können da auch eh unsere Motoren. Vorderbremse. Kupplung. Hinterbremse. Und dann werden wir die Schaltung. Das ist jetzt ein 8-Gange-Triebe von Kawasaki. Das ist ganz seltenes Modell, was wir da haben. Die Hupe. Die Hupe ist ja immer so ein Ding. Die Hupe wird hier bedetekt. Und das sind die Hupehörner da. Da haben wir jetzt, das ist ein kleines Brotziges Ding. Links und rechts haben wir da Hupehörner. Und die Hupehörner müssen wir da ein bisschen ausputzen. Das ist aber der Korrektum. Das könnte im nächsten Jahr wie eine Hupehörner. Dann haben wir, ich muss jetzt hier mal schauen, da haben wir ja die Kupplung. Also wer es etwas auskennt, der weiss das, das ist die Kupplung. Hier unten drin, da haben wir den Zylinder. Also das ist jetzt ein Zwei-Zylinder-Motor. Und ganz hinten drin ist die Kupplung. Das Motor, das wir sehen haben, ist ein Kardanantrieb. Und da haben wir Beifahrermöglichkeiten. Also, da kannst du zufrieden fahren. Da kann noch einer hoch sitzen und da hinten kann noch einer hoch sitzen. Kuntusalter der Frau, aber nach zweiter Blasen. Und das ist das Computersystem. Also das ist die Steuerung vom Motor. Das ist quasi ein kleiner Computer, wo dann gleich auf die USB-Schaltung geht. Das sind Rückspiegel, das kennt ihr alle. Dann ist noch ein wichtiges Thema die Reifen. Das ist natürlich auch eine Legende, das mit dem Profil. Wenn jeder im Motorsport zuschaut, der sieht das. Die haben ganz glatte Reifen. Und warum haben die ganz glatte Reifen? Weil die heben einfach besser auf der Strasse. Und darum ist das auch eine Winterarbeit. Dann drehen wir neue Reifen her, am besten. Und dann haben wir da ein Kuchenmesser oder einen Schliefbock, irgendetwas. Und dann schliefern wir das Profil schon ab, damit die Reifen richtig glatt sind. Jetzt dann da vorne und hinter. Und dann haben wir da eine optimale Grip. Ja, und das wäre das Wichtigste, was wir auch machen können bei einem Motorrad, oder? Und das würde jedem empfehlen, dass er das so macht, oder? Und dann geht's wieder in eine neue Saison und ist alles. Picobello! Ja, vielen Dank, Arnata. Das tun wir natürlich. Immer gern für euch. Okay. Okay.